Da kommt nicht ran, ne? Das ist doch nicht doof. Da kommt nicht ran, ne? Das ist doch nicht doof. Genau. Nee. Aber ich will wirklich nicht hier erschossen werden mit einem Henner oder was? Thomas, jetzt! Thomas, jetzt! Du stellst mein Vertrauen hier arg auf die Probe gerade. Nicht weglaufen, das ist unser Tod. Kann man das Mikro eigentlich umschießen? Nee. Du hast doch gerade gezielt. Ich hab nicht gezielt, ich hab um die Ecke geguckt. Weil du da in die Ecke gelaufen bist. Halte, warte. Boah. Auch am Start. Scheiße. Das geht sowieso ne riesen Brandbombe aus, das kann dir ja glauben. Ich mach doch gar nichts. Du bist aber der Einzige, der noch nicht hier war. Ich bin zufrieden, um den Ort zu finden. Also einer von uns hier ist auf jeden Fall Traitor. Logisch. Der Traitor möge doch bitte mal am Piano die Falle aktivieren. Und da gibt's ne Falle? Boah. Wie sie nicht zuhört. Was passiert, wenn man die Falle annacht? Dann explodiert hier dieser Fensterbereich da. Ah ok, dann geh ich mal lieber weg. Mini? Wie? Katja, warum ziehst du gerade? Ich bin gerade so genial. Ja, irgendwie. Ich find das immer so lustig. Ich find das immer so lustig. Boah. Alter. Lol. Lol. Ja, wo seid ihr denn jetzt? Wer war denn das hier gerade? Nini oder was? Ja. Lol. Lol, was war das denn? Ich bin in deinem Billiardraum. Ist doch geil. Ja, ich bin wieder da. Ja, jetzt am einmal. Gerättenautomat gibt's hier sogar. Weißt du, zwei Leute gestorben? Aha, ich bin wieder da. Ich bin wieder da, Mann. Ich bin scheiße, wenn alle auf einmal hoffen sind. Schon, ne? Moment, Moment, Moment. Warum leben da nur noch die beide? Und der Rest ist tot. Hä? Ich hab... Nini hat Serei erschossen und Patrick hat Nini erschossen. Genau. Und ich hab sie gerade aufgedeckt als Traitor. Okay, okay. Du kannst ja eigentlich nur entweder... Lol. Lol. Wo ist er? Oh, lol. Oh, lol. Der High Five, der war echt episch, ey. Oh, ja. Das hat wehgetan, ne? Ja, und wer ist es jetzt? Luzi. Wenn noch jemand lebt. Ah, schade die Zeit, ne? Ja. Ja, für so große Maps und so viele Spiele brauchst du definitiv... Wie Luzi einfach Katja erschießt, ne? Und der Verdacht auf mich kommt. Ach, Luzi hat nicht der erschossen. Ja, also ich dachte mir... Lol. Der Schuss kam ja von meiner Seite. Ja, wenn du siehst, denken die sowieso, dass ich jetzt schieße. Ja, vor allem vorher noch der Verdacht, du hast auf mich gezielt. Ja. Das hat alles gepasst. Ja, Luzi, hast du Nini auf dem Gewissen, ne? Das Lustige daran ist ja, wenn man sagt, der zielt auf mich. Wo willst du denn anders hingucken? Du kannst die Pistole ja nicht zur Seite drehen. Egal wo du hinguckst, du guckst ja immer mit der Pistole auf denjenigen. Du kannst die Crowbar ja rausholen. Ja, aber selbst mit der Crowbar zielst du ja dann auf den. Hast aber auch Holes. Vor allem, ja, ne? Wenn man tot ist, dann ist man tot, ne? Kleine Info. Als Traitor versagt und als Innocent in die Schussbahn laufen. Boah, schönen Hatter hast du gekriegt. Nnennennen Mich keine Waffe fände da Ein bibliotraum Hm hm Ich geh ja schon Wollte ja eigentlich noch bislig aus spielen Oh Komm Im Boah. War das jetzt nicht so da wieder los? Janusfalle? Sag's mal so, jeder der mich findet, stirbt. What? Ja, der dich findet, stirbt. Ja, ist egal, wer mich hier findet, ich muss leider schießen. Wieso das denn? Okay, ich mach's mir jetzt zur Aufgabe, dich zu finden. Okay. Wie ich schon die Idee habe, wo er sein könnte. Dann geb ich das mal weiter, für meinen Raum gilt dasselbe. Boah, campt ihr alle, oder was? Ihr dann einen Raum und wartet ab, ne? Geil, man kann einen Kühlschrank aufmachen. Alter, wie ich keine Waffe finde. Liegen noch so viele. Wie ist es hier dauernd? Oh, explodiert das? Ja, ohne Falte. Ey! Ich hab nur auf diese Dinge geschossen. Gucken, ob es explodiert. Aber es ist nicht explodiert. Ja, ja, ja. Er hat geklappt, ne? Seid ihr hier verfolgt? Ja, wir sollten zusammen bleiben. Eher. Hinter uns ist niemand. Guck mal, Nini verfolgt uns. Nö. 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 Lol. Oh, Alter! Bist du wahnsinnig? Ich hab gesagt, hör zu. Lol. Sitzt die da an der Ecke, ey? Wie lupst du's denn? Ich hab's gesagt. Hier hinten, hier Nini. Hier in dem scheiß Raum sitzt die. Hinten an der Ecke drinnen. Okay. Ey, 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 ey. Leute. Hinter dem, an dem, an dem Bild da. Oh, da. Und die schießen. Lol. Alter, was geht denn da drauf an? Die Zennhauser, die haben Huni viel gekostet. Was macht ihr denn wieder? Ich musste leider das G35 abgeben. Leider. Von mir halt einfach zu, zu abgeschrottet, zu dicht. Äh, gar der Sound, aber für mich Tragekomfort, weiß ich nicht, war nicht so da. Waaah. 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 Geh, geh mal weg. Waaah. Alter. High five. Ja. Du bist hart getroffen. Ja. Weil sie Reihe auf mich schießen musste. Boah. Und mir extrem viele Punkte abgezogen hat. Lol. Shotgun? Hab ich auch gehört. Ey, wo sind die Schiffe da alle? Also Patrick kämmt irgendwo in irgendein Zeit. Ja, ja. Weil der kämmt. Ich hab ja gesagt, ich bin hart kacken. Warte mal, auf der anderen Seite ist das. Ah. Oh mein Gott. Ja, genau. Ah. Aha. Komm Kinovin, holen wir uns. Wow, 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 wow. Ich war schon lange hinter dir, ich hätte schon längst schießen können. Klar. Ja, ja, ja. Trotzdem. Komm, klar. Ja. Also wenn ich jetzt gleich sterben sollte, dann ist es Luke. Ja. Ja, ich glaub der ist auch im Klo, ne? Ja, ich weiß noch nicht wo das ist. Ah, warte, wo war das? War irgendwo unten. Hier ist ein Klo. Ach stimmt, hier ist auch ein Klo. Also wie gesagt, geht die Tür hier auf, schieß ich euch gleich in den Kopf, ne? Wieso denn? Ja, weil ich's gesagt habe. Und weil ich's kann. Ah, hier ist auch ein Klo. Das ist kein Klo. Au, au, au. Aber ich bin ja schon wieder in dem Raum hier. Ist das assi, ey. Mach auf, mach auf, mach auf. Darf ich mal anmerken, die Map ist kacke. Hä, ich find die cool. Hä, was ist mit den Tür los? Ich bin bloß die Leute nicht. Ich hab's auch grad gehört. Ich lauf. Wo ist der? Ich lauf hier im Kreis. Als Traitor und dann findest du keinen, oder was? Nö, du kalgemeinde, Leute. Nö, verraten. Ich find die aber auch keinen, ey. Der Einzige, der mir über den Weg gelaufen ist, ist die Lugo und der hat mich schon längst abgeschossen. Komm schon mal so. Doi. Hör doch mal auf, jetzt hier. Tür battle, oder was? Lol. Tür battle. Also Patrick, wir haben Zeit, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ja, scheiß Camper. Boah, wie er überall Blut klebt, ey. Oh, wer ist denn das? Ah. Mini ist tot. Naja, das wird nichts mehr. Nee. Okay. Der Traitor... Ey, ich schweige die ganze Zeit Schüsse. Och. Lol, hier ist Blut ganz viel. Wer war denn jetzt Traitor? Ich und Jan. Ah. Ich das von Anfang an gerannt habe, weil sie wieder aufs Frauenklo holten. Zu zweit. Ja, aber wo wart ihr denn, ey? Ich war berechtigt zu schießen. Ja, das ist auf der Map echt kacke. Aber Team Room ist geil. Ich hab aber jetzt nicht kacke. Kommt heute noch DayZ? Nein. 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 Weiter nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein. Aber ich muss nachher noch DayZ spielen auf jeden Fall. Spielst du denn auf Server Nummer 3? Nee. Aber finde ich gut, dass sie es gemacht haben. Also... Die waren ja beide relativ voll. Ja, verstehe aber die Aussage vom Admin nicht. Ja, weil der Admin hat am Wochenende nämlich gesagt, es wird definitiv kein dritter Server kommen, weil die Auslastung von den beiden Servern höchstens am Wochenende und am Patch Day enorm ist. Also dass halt keiner drauf kommt. Ja, da wurde wohl überstimmt, würde ich sagen. Ja, ja. Was ist denn das für eine geile Map? Deswegen hat es mich gewundert. So nice. Aber immerhin habe ich Nenni umgebrochen. Hm. Innocent. Innocent. Was für's gut. Ladebalken. Äh, wie komm ich da weg, hallo? Ich bin auch noch im Ladebalken. Wo bist du? Workshop komplett, Alter. Ich kenn die Map nicht. Ladebalken vor dem Wind. Du kennst die Map nicht? Klar, die haben wir doch schon gespielt. Nee, aber nicht die... Doch, halt klar. Natürlich. Hab ich dich doch weggesniped. Ach, klar. Den ersten Tag. Hm. Der erste Schuss. Wie komm ich hier jetzt weg? Ich war hier noch nie. Hallo? Wo bist du denn? Sag ich nicht. Sag ich nicht. Thomas ist Traitor. Bin ich gar nicht. Oh. Ich war eben gerade schon Traitor. Ja, nachher. Genau. Da ist Luzi. Hast du geschossen gerade? Nein. High five, hier schießt jemand. Ja, aber ich kann dir meine Shotgun droppen. Dann kannst du sehen, dass die Munition noch komplett voll ist. Leute, hier gesniped keiner. Hallo Jasma. Hallo Jasma. Hallo Jasma. Und sie sagt Hallo auch zu Patrick und zu den anderen hier. Hallo. 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 Ja, hallo. Ja und Paula... Hast du hier gerade gesniped? Was? Gute Nacht. Bestimmt. Danke. Gute Nacht, Paula. Ich lag gut. Kommst du nur hoch, wenn du in der Mitte bist, Patrick. Nur dass du weißt. Du musst in der Mitte stehen. Ninii. Ninii. Hat man denn Serai jetzt schon gefunden hier oder nicht? Ich habe gerade beschlossen, ich will hier auch nicht gefunden werden. Ist der Platz so gut oder wie? Nein. Ich würde es noch zeigen. Aktuell sage ich mal ja. Ich bin los. Kleiner Spungo, ey. Wie er snipet, ne? Also ich bin äh... Ne, ich bin kein Traitor übrigens, ne? Ich bin innocent. Du hast nicht gesniped vorhin. Und was explodiert er dauernd? Guck mal. Hab ich dich getroffen? Knapp. Also. Knapp. Ach ja, knapp. Das war... Kalkuliert. Knapp. Ist ja nur mein Leben so. Guck, jetzt treffe ich dich. Pass auf. Siehste? Alter. Ja, Katja kann das gut uns verwirren. Alter! Wie ist hier? Patrick? Patrick? Das bin ich nicht. Luzi. Luzi? Da ist denn die Luzi? Die Sonder. Die Sonder. Ja, du Kleiner. Hahaha. Siehst Katja auf dich? Ja. Sieh denn da? Oh shit. Sorry, sorry, sorry. Sorry. Alter, das ist doch nicht Katja. Oben, oben ist sie irgendwo. Ach, oben? Wie kann man denn da überall langen? Wow. Ja, es macht Bock definitiv. Aber Prop Hunt ist auch ziemlich geil. Katja. Oh ja. Ja, das machen wir nachher noch. Ich bin im Nachteil, ich werde geblendet. Von einer Blendgranate. Nein. Von einer Blendgranate. Von einer Blendgranate. Von der Sonder. Genau. Oh. Nein. Nein, Mann. Loil. Ich hab's Loil. Ich hab's versucht dahin zu kommen. High five? Du auch? Hör auf. Kompanion. What? Ah, Katja hat jetzt nix mehr. Loil. Das hätte ich jetzt niemals erwartet. Ich hab Patrick, äh, im, im Fliegen getötet. Ja, ja. Ah, doch. Im Fliegen. Ich hab mal von oben in den Kopf geschossen. Loil, Halo 4 Porsche. Wo, was? Loil. Ich observed dég combinearen fliegen. Was? Innocent? Innocent? Innocent. Innocent? Innocent! Innocent. Innocent, Mino- Das können wir uns eigentlich auch sparen, ne? Loil. Ich hab schon ein ... Ist wie heißt es denn? Fein? Ja dizier. Luzi. Na? Oh, come on, ey. Weißt du, was in Nades rum, ne? Mach dir keinen Kopf. Ich bin innocent. LOL. Kenobi. Ja? Das ist Wahnsinns, ey. Na, kack mal, ey. Wieso läufst du wieder ohne Waffe rum? Null! Alter! Oh, ich seh nix. Ja, ich seh auch nix. Ja, komm. Hör doch mal auf mit diesen scheiß Granaten. Schau runter, das ist zu gefährlich. Nein! Ich glaub, er ist tot. Ich hab nur so'n A. Oh. Was ist das hier? Ey, 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 ey. Ich werd' beschossen. Kenobi schießt. Mich. Ich wurde aber von oben besch... Oder? Kenobi? Ja, das war ich aus Versehen. Ich dachte, das wär' Kenobi da unten. Oder was? Kojan? Kenobi? Ey. Eingeschossen. Ah! What? Kojan. Ja, die hat hier runter geschossen die ganze Zeit. Lass mal gucken, ob sie Traitor war. Na dann. Ja, ja, ja. Guck du mal bitte. Ja, komm. Wer geht vor? Ich bin weg schon. Wieso bist du weg? Natürlich bist du der Traitor. Ich bin weg. Was hast du für ne Waffe? Ne Sniper. Ja, siehste. Wie, ja, siehste. Kleines Miststück. Wenn beide Mädels Traitor sind, hast du fast keine Chance, ne? Die wickeln dich so im Finger ein. Wo ist Nuzzi? Der ist ja runtergefallen, ne? Ach. Nini, du warst gar kein Traitor. Oder? Schnorr beschießt auf mich. Weg hier. Jetzt. Und. Und. Oh, schau. Und. Du, ich bin jetzt nicht derartig, Papa. Wer lebt denn jetzt noch? Ja, das musst du rausfinden Nee, nee